Endspurt hier, und naja, für Insider vielleicht nicht ganz so überraschend von der Vierform, aber doch, das 1er-Docke, das kann ich auch hilfreich sein, Alexander Flemming, Niko Grip liegt im Entscheidungssatz, 0 zu 5, nur noch 1 zu 5, jetzt gegen Doppel 2, das Tief war Hildurstein, mit dem aufschlagenden Felix Bindhammer und Dennis Dirk. Vier deutsche Meister gegen Umgebung, Flemming und Dirk, allerdings je zwei mit unterschiedlichen Partnern, und werden hier vorgeführt, 1 zu 7. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.